Was ist das? Jakob, machen wir da gemeinsam? Hallo! Hallo! Wir mobelt hier mit einem Deck-Profile aus den Lokals. Diesmal mit Giergier Giergier Kaga Kugi. Also vermehrt Kaga Kugi. Also, ich spiel 3 Abwehr. Standard. 3 Arsenal. 3 Autos. Standard. 2 Mk2. Ich finde die Karte einfach extrem gut. Sie kommt in manchen Situationen wirklich so gut. Also, das hat mir schon einmal Game gebraucht. Einmal? Wow! Also öfter halt. Jetzt spiel ich zur Wachhunde. Und zur Strategen. Und ein Quick. Wieso den Quick? Na ja, der Quick... Sagen wir so, ich hab jetzt Buree Bureedo. Und hab kein Monster mehr zur Verfügung, damit ich auf Stardust oder whatever gehen kann. Ich renne einfach mal mit Quick über ein gegnerisches Monster drüber. Und hol mir einen Karakuri zum Beispiel den Wachhund von Graef als Special in die offene Verteidigungsposition. Und Mephis 2 mach ich halt Synchro auch. Ja, kommt immer drauf an. Situation. 2 Birdman. Verziehe ich eine der wichtigsten Karten in dem Deck. Weil Birdman ist eigentlich fast immer automatisch aus der Karte. Wenn ich jetzt ein Out und noch ein random GOG hab. Und 2 Fact Wheeler. Und 2 Fact Wheeler. Ein Gott. Das war's dann halt von den Monstern. Und die Spells hab ich... Darkhold Pot. Soul Ticker. Super Soul Ticker. Was? Exodeck? Zwei Lanzen. Zwei Mysteries. Das waren die Spells. Die Trap. So wird das Solentrio. Zwei Prisms. So wird die Haas. Zwei Calls. Kapuls. Das war's vom Endeck. Im Exodeck hab ich... Was? Exodeck? Ja. Im Exodeck hab ich ein Spellträgen. Stardust. Drei Borets. Zwei Boredos. Zwei Boredos. Ein Rose Dragon. Bacchion. Shockmaster. Zwei Chirchants. Zwei Chirchants. An Aquity. Maestro. Und dann... Ten Mains. Das war's vom Exodeck. Und im Saat Pop hab ich... Die Maritak Fortress. Zwei Cyberdragons. Zwei Cyberdragons. Eine Whaler. Zwei Snowmans. Zwei Gozenmatch. Zwei Shadow Mirrors. Zwei Makros. Zwei Decrease. Und eine Mystic. Stabil. Alles klar. Und? Wie findest du das eigentlich so? Also, mir gefällt das Deck jetzt wirklich sehr, weil... Ich weiß nicht. Ich bin relativ weit mit dem Deck schon meistens gekommen. Das heißt, bis auf, dass ich ab und zu mal ein paar Devdros hab, was wirklich ganz schön ist bei dem Deck. Läuft das nämlich sehr gut. Ja. Bis klar.